Ja, als ich jetzt also eben die Singspiration hier aufnehmen wollte, zeigt sich mir, dass ganz neue Lieder jetzt gerade reinkommen und sie alle so intensiv darauf hindeuten, dass wir uns mit Gott verbinden sollen und vielleicht stört sich der ein oder andere an diesem Begriff, diesem Wort Gott, weil es doch so behaftet sein kann in dem ein oder anderen Verstand. Wenn du aber mal rein spürst, Gott, wenn du das mal sagst und in dir klingen lässt, wie fühlt sich das an? Spürst du darin nicht diese unglaubliche Liebe, diese ewigliche Präsenz? Und das ist ja genau das, was das Wort meint. Wir sprechen hier nicht von einem strafenden, richtenden Vater, von einer Person, sondern wir sprechen von dieser Präsenz, die in uns allem wohnt und die uns umgibt, die in allem wohnt, was es gibt. Ja. Und dieses Lied, was ich heute mit dir teile, das habe ich jetzt gerade auch erst kennengelernt. Das bejaht einfach diese Präsenz in uns, dass wir das spüren. Du bist da, du bist da, du bist da. Ich sag ja zu dir. Du bist da, du bist da, du bist da. Fühl dich nah bei mir. Gott, ich danke dir. Ich singe es dir vor. Den Text hast du wieder in der Videobeschreibung. Und dann kannst du wieder nachfühlen. Du bist da, du bist da, du bist da. Ich sag ja zu dir. Du bist da, du bist da. Du bist da, du bist da. Fühl dich nah bei mir. Gott, ich danke dir. So einfach. Zum Nachsingen. Du bist da, du bist da. Du bist da. Du bist da, du bist da. Du bist da, du bist da. Du bist da, du bist da, du bist da, ich sag ja zu dir, ich sag ja zu dir, noch mal. Ich sag ja zu dir, du bist da, 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 du bist da. Fühl dich nah bei mir, fühl dich nah bei mir. Gott, ich danke dir. Gott, ich danke dir. Gott, ich danke dir. Sorry, dass ich jetzt ab und zu zweimal wiederholt habe, dann dreimal. Aber ich glaube, du kommst schon mit. Nochmal. Vielleicht singen wir es einen kleinen Ticken höher. Du, du, du bist da. Probieren wir es mal so. Du bist da, du bist da, du bist da, ich sag ja zu dir. Du bist da, du bist da, du bist da, fühl dich nah bei mir. Gott, ich danke dir. Du, du bist da, du bist da, du bist da, du bist da, ich sag ja zu dir. Du bist da, du bist da, du bist da, du bist da, fühl dich nah bei mir. Gott, ich danke dir. Du bist da, du bist da, du bist da, du bist da, ich sag ja zu dir. Du bist da, du bist da, du bist da, du bist da, fühl dich nah bei mir. Du bist da, du bist da, du bist da, oh, ich hab zu, Entschuldigung, zu oft du bist da gesungen. Gott, ich danke dir, Gott, ich danke dir, wäre ja eigentlich gekommen. Gut. Dann einfach nochmal von vorne. Für mich. Du bist da, du bist da, du bist da, ich sag ja zu dir. Du bist da, du bist da, du bist da, du bist da, fühl dich nah bei mir. Gott, ich danke dir, Gott, ich danke dir. Du bist da, du bist da, du bist da, du bist da, ich sag ja zu dir. Du bist da, du bist da, du bist da, du bist da, fühl dich nah bei mir. Gott, ich danke dir. Spürst du diese Präsent? Vielleicht bringt auch diese Bestätigung, wenn du diese Bestätigung aus dir heraus singst. Ich sag ja zu dir. Ich sag ja dazu, dass ich diese Präsenz fühle. Ich bejahe, dass diese Präsenz in meinem Leben Raum einnehmen darf. Dass ich dieser Präsenz Raum schenke. Und ich bedanke mich dafür, dass sie existiert und dass sie mich geleitet führt, begleitet. Dass ich nie alleine bin. Singen wir es nochmal. Du von hier. Du bist da, du bist da, du bist da, du bist da, ich sag ja zu dir. Du bist da, du bist da, du bist da, fühl dich nah bei mir. Gott, ich danke dir. Und es ist so schön, immer einen Moment oder mehrere Momente, einen langen Moment nachzuspüren. Unmöglich von innen diese Bestätigung zu erhalten, dass es da ist, es ist da. Mitten in uns, mitten unter uns, weilt diese göttliche Präsenz. Wie wundervoll. Wenn du mehr davon möchtest, wenn du auch dich mit Menschen umgeben möchtest, die sich auch dieser Präsenz öffnen, die es immer mehr spüren, dass wir getragen sind. Dann schließ dich meiner Community an. Komm zum Voice Satsang, komm zu meinen Seminaren, Kursen, Retreats. Schau dir gerne in der Videobeschreibung den Link an, du findest alle Details. und ja, ich freue mich sehr auf dich, auf unser Zusammensein, zusammensingen, klingen, spüren. Und es ist an der Zeit, dass wir zusammenkommen. Wir sind nicht alleine auf diesem Weg. Dann sch pendeln wir die kurz rein. Wir sind nicht alleine auf dem Weg. Jetzt kann man sich vermeiden. Wir sind nicht alleine auf dem Weg. 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 Untertitelung des ZDF, 2020